...Kalle wird fahren, wenn ich das richtig sehe. Sein Ziel war 22,72. Er war sehr schnell und er liegt jetzt schon lang auf dem Teppich. Alles klar, fertig, auf die Plätze, fertig, los! Jetzt rast der Mann, schaut mal, da ist ja nichts mehr drauf. Der liegt ja richtig auf den Lenker, da kommt er angerast. Ja, 22,72 war das erste Rennen. Jetzt wollen wir mal schauen, wann hier bei der 100 Meter Grenze erreicht wird. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, let's go, yeah!